Ein wunderschönes Moment von meiner Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Staffel Nummero, LPT Staffel Nummero 2. Ich möchte jetzt schon mal ganz kurz vorab sagen, mit dieser Aufnahme werde ich wahrscheinlich ein bisschen weniger reden, weil man hört es vielleicht raus, ich bin erkältet diese Woche, ich wollte eigentlich schon längst mehr aufgenommen haben. Das heißt, es kann sein, dass diese Woche ein paar Videos weniger kommen, ich muss nachher noch rendern ohne Ende, weil ich halt noch am Wochenende, wo ein Kumpel da war, noch eine Menge aufgenommen habe. Zmite, Evolve und alles drum und dran, das muss alles noch gerendert werden, weil ich diese Woche halt krank war, ich habe nichts geschafft, gar nichts. Ich werde jetzt auch in Minecraft weniger sagen, weil ich muss für die ganze Zeit sonst husten und so, das ist widerlich, das will ich jetzt nicht machen, deswegen, ich habe nämlich Hals, Kratzen, bin heiser und der ganze Scheiß. Das heißt, ich werde jetzt wirklich weniger sagen, aber es ist ja nicht schlimm, weil es sind ja noch andere Leute da, die können auch noch genug reden. Ich habe auch eine Menge vorgenommen, wie zum Beispiel eine Mining Turtle, werde ich heute alles noch fertig machen. Also nicht heute in der Folge, sondern in der Aufnahme, weil wir nehmen ja immer einen Tag alle Folgen auch für die Woche. Deswegen werde ich jetzt in der nächsten Zeit ein bisschen weniger sagen. Ich mache mal kurz die Hals, anmute. Wer was? Wer was? Du bist einfach gerade auf Karl gegangen. Das geht nicht, sag ja. Wer ist auf Karl gegangen? Ich nicht. Na du, oder? Na wir haben sie uns. Wie, auf Karl? Meinst du gemutet oder? Ja. Du hast einfach gerade gemutet, das war so selten. Ähm, weil ich die Aufnahme gerade gestartet habe. Ja. Au. Warum lügst du mich an, Kevin? So, Mann. Was bin ich nochmal? Was bin ich nochmal aus der Tür? Ja, ein schlechter Mensch. Kevin, anderen werden mal ein schlechter Freund. Der ist schon aus. So, Leute, was mache ich heute? Gar nichts. Also, wenn ich dich kenne, wirst du wahrscheinlich masturbieren. Aha. Ja, du bist ja nicht in der Aufnahme, das heißt, du wirst wahrscheinlich Hose runter und dann ab, geht er. Ja. Oh, ich tue es gerade schon. Oh, ich tue es gerade schon. Computer, ähm. Ach, so baut man einen Computer. Alles klar, man muss einfach nur Stein, Redstone in der Mitte und Glas nach unten. Ja, ich sehe. Digga, was? So baut man einen Computer? Alter. Und ich habe mir extra teure Teile gekauft und dabei hätte ich einfach nur rausgeben müssen, eine Scheibe einschlagen und dann Stein sammeln. Können wir heute Länge aufnehmen? Du wirst ja gar nicht auf, du Vogel, Junge. Ja, aber du. Ich nehme dann länger auf, wenn ich heißer bin, Alter. Du bist ein Genie, ne? Warum nicht? Dann red halt nicht zu viel. Das hast du gekriegt. Ich werde auch nicht viel reden, irgendwo hatte ich mal einen Redstone da. Ich werde auch nicht viel reden. Warte, wer redet dann? Du. Gar keiner. Warum sollte ich reden? Du, Kevin, red einfach ihr. Red einfach Bullshit, mache ich auch mal den Aufnahmen. Keiner merkt es, aber schreibe an, also Müll, was ich labere. Alles ist Müll. Ja, ist so großartig. Haben wir Lachen? Ja, sicher in meinem System. Nee, haben wir nicht. Das ist das Stöße und zu dünnig. Warte, was habe ich gerade gesagt? Ja, okay, sie muss ein Stück. Ein Computer. So. Barren und Ruhe. Leckkommilio, ich brauche ein Jetpack. Besseres. Wir sind klar. Ah, da haben wir Kohl noch. Ich gebe dir dann diesen Obelisk. Ja, kannst du hierher kommen. Geht's alle weg, bitte von. Das muss ich craften, Leute. Jetzt geht's alle weg. So. Ich sehe, ich dich töten würde, aber darf nicht. Tut das bitte weg aus dem... Okay, sehr. Kevin, wir würden ihn alle gerne töten. Darf aber nicht. Aber das Rechtssystem sagt Nein. In Österreich schon. Echt? Nee. Schade. Du warst viel zu langsam. Ich habe mir jetzt ein Backpack gecraftet. Backpack, Backpack. Backpack heißt Rucks. Was you gonna do? Was you gonna do, wenn wir kommen von you? Andele, andele, andele. Bist du heute lang, ehrlich so viel? Auch. Kommst auf die komische Idee, wenn du Kopfschmerzen hast, ne? Das ist echt scheiße. Nein, du tust mir eh leid. Satür. Ja, dankeschön. Das habe ich, genau das habe ich mit dem Video bezweckt. Das ist ja, alle mir richtig leid. Echt leid. Ich meine es ernst. Oh, wow. Danke. Ich brauche. Was? Fluid Transposer. Um herzustellen. Andele. Verdammt, ich brauche eine heile Spitzhacke. Ach Gott, geht das auch mit der hier? Verdammt. Das geht nur mit dir aus Spitzhacken, aber verdammt, Alter, wo soll ich denn die jetzt noch herkriegen? Naja, habe ich jetzt mal eine Mining Turtle auf Reserde. Was soll ich machen, wenn sie von dir kommen kommen? Für dich. Für dich. Für dich. Alter, du bist so krass, ne? Weißt du? Du bist der krasseste Typ, den ich kenne, Mann. Mhm. Weißt du, immer wenn ich unterwegs bin, erzähle ich immer all meinen Freunden von dir. Ey, Leute, ich kenne richtig krassen Typen. Der ist richtig scheiße. Auf seine eigenen speziellen Art und Weise. Sogar richtig unsympathisch. Alles klar. Na komm, verbrennt mal hier alle. Willst du dich grad beschreiben? Ne, mich beschreibe ich immer gleich. Großgebräunen und gut aussehen. Der war gut. Ja. Ja. Hä? Oh ja. Jetzt geht's. Ich hab so viel Müll noch in der Tag. Boom. Bam. Aber heute machst du was mit Technik, oder? Heute. Also ich hab angefangen schon gerade. Ich hab jetzt den Mining Tuttle erstmal fertig gemacht. Danach werde ich ja nur Stromgeneratoren und alles machen. Mining Tuttle ist echt geil. Ich mach jetzt. Was glaubst du, was ich jetzt gemacht hab? An der Zeit, als ich krankgeschrieben war in der Woche, Alter. Mir war langweilig. Tutorials angeschaut. Bis zum geht nicht mehr. Fuck. Satyr kennt sich jetzt aus mit Technik. Aus nicht? Äh, ich hab die Hefte vergessen. Ich bin sogar bei so vielen Tutorials eingepennt, ne? Ja. Alter, das geht gar nicht. Aber es ist lustig, irgendwie. Die Tutorials, irgendwie. Ich kann, ich kann keine Tutorials angucken. Ich kann die nicht angucken. Mir ist das viel zu langweilig. Nur von Satyr. Nur von Satyr. Weil es immer lustig ist, bei Satyr. Satyr ist doch so witzig. Einsteiger. Dankeschön. Das Geldgebühr nach der Aufnahme, ne? Weil das schon mal klarsteht. Ja, danke. Nur weil ich es gesagt habe, bekomme ich jetzt 400k. Ja, natürlich, gecreepert, du Hurensohn. Ja, mir ist auch schon Creeper mit nem... So einfach wiegt das Wundkind. Alles klar. So, ich hab heute eh keine Ahnung. Das ist mir egal. Ist mir egal. Wolltest du mich nicht in den Obelisken vorbeibringen? Ja. Weiß gar nicht damit, wie die Bundeskanzlerin heißt von Deutschland. Ich. Ich mein's Angelo Merkel, ne? Angelo Merkel. Ich kann mich zu viel darüber machen. Ich wohne in Österreich. Ihr nicht. Ja, Österreich, Alter. Schlimm genug, ey. Ja, aber... Von euch lassen wir keinen mehr über die Grenze, Alter. Einen haben wir rüber gelassen, Alter. Wir bereuen uns immer noch. Wann? Wann war das? Ähm... Ungefähr 1930, so im Drehen? Wie meinst du da? Äh, ich glaub, das weißt du ganz genau. Nee. Oh, ja. Und wenn du es nicht weißt? Ja, bist du dumm. Ja, ich weißt du, okay. Okay, ich hab keine Kohle. Hatte ich den Jungen Gang nach unten gehabt? Meine Güte. Statue, welche Maschine machst du heute? Äh... Oh, wie ist das Ding? Irgend so ein Ding, damit mein Penis länger wird. Ich weiß noch nicht genau, wie das heißt. Nee, sag jetzt, komm. Ich hab keine Ahnung, Mann. So genau kenn ich mich jetzt auch nicht aus. Ich werd erstmal Mining Turtle alles bauen. Und dann werd ich gucken, wie ich den Lava-Generator hinkrieg mit allem drum und dran. Ja, Mining Turtle ist ja easy, Alter. Ja, aber ich schläng's zusammen. Ich muss ja mal gleich nochmal kurz programmieren und dann macht sie das alles von alleine. Jo. Ich hab ein Programm, also ich kann das dir kurz schicken. Ich hab selber eins. Gut. Ich hab das von Farb, das ist echt effektiv. Ich mach mir da nicht immer noch laut. Wie geht das von Farb? Kennst du das auswählen, oder? Ja, ich sag's mir echt auswählen. Ich kopier nur den Code, kopier ihn rein. Und dann mach ich die ganzen commands eigentlich allein. Ich hab keine Kohle. In dem Moment, wenn man eine Mining Turtle starten will, aber keine Kohle hat. Leck mich an, ich bin ohne Kohle runtergegangen, verdammte Scheiße. Du bist nicht der Einzigste. Ich steh grad unten, aber da hat zum Glück noch welche gefunden. Ich hab keine gefunden, ich hab nur eine. Scheiße, mein Inventar ist ja auch noch voll. Holy Shit. Mach dir doch nen Jetpack da. Naja, Fackeln muss ich eh noch machen, siehste, Fackeln muss ich noch machen. Ähnlich beginnt sich das mit der Technik, das zu ziehen. Ja, wird doch Zeit, ne? Mhm. Nach so langen Jahren. Ja, Jahre vor allen Dingen. Jahre. Wir nehmen ja das zweite Projekt auch schon seit Jahren auf. Ja. Was? Ich meine, wir haben jetzt Folge 29, aber wir sind ja schon seit Jahren bei. Ja. Ich glaube, man fährt die Kohle aus den Öfen, andere Fahm noch. Fuck! Ich brauche ihn, boah! Fahm die Inva. Kevin, hast du Inva gemacht, du? Lauch. Warum soll Kevin was machen? Kevin, du bist ein Lauch. Boah, hast du es gehört? Das gibt es noch? Ich darf heute schimpfen. Oh, Anderman, Alter. Wie so ein kleines Kind. Oh, heute darf ich schimpfen. Ich schimpf immer. Mama, Papa, ich darf heute schimpfen. Okay, das war komisch. Das macht mir eher Angst ab. Ja, ist doch so, Alter. Schimpfen, Junge. Oh nein. Heute darf ich schimpfen. Heute darf ich schimpfen. Aber eins wundert mich gerade bis jetzt immer noch sehr doll. Was denn? Ich habe bis jetzt noch keinen Hustenanfall gehabt. Wie gestern, Alter, das war richtig schlimm. Ey, inspiriere mich nicht, okay? Nein, das war wirklich unabsichtlich. Ey, glaub mir, ey. Gestern war richtig räulig, Alter. Dann hatte ich gestern Abend noch gehabt. Ja. Kannst dich eh stimmen, oder? Hä? Kannst dich eh stimmen. Ja, schön. Schön. Hätte ich da ne Kurzfalltasse gemacht. Scheiße, wollte ich noch machen vor der Aufnahme. Oh, Scheiße. Na, Scheiße. Haben wir Moos? Haben wir Moos? Dann stecke ich mich hier irgendwo in der Ecke. Ich mache einfach 30, so. Meine Mining Turtle fängt jetzt an zu farmen. Oh, Saphir-Ads gefunden. Nice. Satir, wenn du hustest, ist es normal. Ja, das macht mich menschlich, ne? Deswegen will ich es ja nicht machen. Das mache ich nicht. Alle Leute sollen ja wissen, I am Computer. Du bist ein Cyborg. Ich bin ein Computer. Du bist eine Mining Turtle. Wenn deine Mutter auf dem Rücken liegt, ist sie eine Turtle, Alter. Mhm. Ja. Welter's been saved. Geil, Alter. Geil. Das hätte ich, das hätte ich müssen. Das hätte ich auch müssen. Oh, das ist ein Rubin, Mann. Nice. Weil ich hab' nie mal ne Mining Turtle und find' die jetzt alles. Ich hab' nur für elf. Krass. Meine Mining Turtle farm, ich farm die Erz ab, die sie nicht mitnimmt. Willst du mich verarschen? Ich hab' auch so ne Strip Mining Turtle, hab' ich jetzt gefunden, so ein Programm. Ich hab' ja, ich hab' auch ne Strip Mining. Ich nehm' grad Uranium mit extra für Undermann. Undermann? Undermann? Scheiße, Busch, Alter. Was? Bomben basteln, nicht wahr? Ja. Ne, Atombombe kann er machen. Und das war's doch auch schon. Leider ist sie hier nicht so gut. Ja, ist ja nur ne Atombombe, ne? Ich meine. Hatte ich schon bei mir geschwitzt. Das ist eh nicht so ein großer Radius. 400x400 Blöcke, also. Da ist doch nix, ne? Ist ja nur ne Atombombe, ne? Ist ja nur ne Atombombe, ne? Ich meine. Ist ja nicht so, als hätten wir davon schon mal was in die Luft gejagt mit, ne? So. Bei Norris hatte ja doch irgendjemand was mit. Wo ist meine Mining Turtle? Meining Turtle verpisst. Was gehst du da hin, wenn sie dich kommen. Leute, meine Mining Turtle backt gerade. Geht nicht. Er ist die einfach verpisst. Hallo, Mining Turtle. Oh, Server Lag. Eine Mining Turtle, die versteckt sich vor mir. Eine Mining Turtle versteckt sich vor mir. Würde ich auch machen, ne? Weißt du das? Da ist die. Wirklich, die hat sich erst vor mir versteckt. Die hat sich einfach hinter mir zugebaut. Ja, von Kevin muss man ja Angst haben. Ja. Was Neues. Nichts Neues. Wie nenn ich das? Ich nenn's Strip. Genauso nenn ich das Programm. Ich hab's auch nicht so genannt. Fick dich. Dankeschön. Strip? Ah, das ist ja schon pervers, oder? Strip. Ah, ja. Anderen denken jetzt wieder pervers. Denkst du auch... LOL. LOL. Kohle reingehauen. Ähm, Fackeln braucht das Ding ja noch. Ja, hier kriegst du meine... Nein, kein Leck. Du kriegst die Hälfte meiner Fackeln, Scheißding. Warum back ich immer zurück? Deadpack. Und jetzt, meine Mining Turtle, fang an zu strippen. Nol, bei mir passt hier grad nix. Oh. Leck das Server grad schon wieder ganz kurz? Nee. Ich weiß nicht, was das heute ist. Ja, ich hab grad was IGG, aber das kommt irgendwie nix an. Ich glaub, die Mining Turtle sind einfach zu OP. Ja, jetzt macht er was. Extrem, Alter. Es geht wieder. So, Mining Turtle, jetzt Strip, Alter. Oh, sie stript, Junge. Oh, wie Anna meint's Mutter. Richtig geil. Richtig. Richtig. Was ist denn grade? Ich hab Husten. Ich hab Husten, lass mich in Ruhe. Ja, ja. Ich hab Husten, lass mich in Ruhe. Oh. Oh. It's dark. Ich geh kurz weg. In einer Husten hat er mir nicht, dass sie gefälligst, okay? So, zu Nr. 1. An Satyrs Tag, wo er krank ist, darf niemand anders krank sein. Echt? Nr. 2. Ich komm mit Hunderten Jugos. Ich komm mit Hunderten Jugos. Willst du mich verarschen? Danke, Adrien. Jetzt singt Satyr wieder. Wo ist Elektrium? Wo ist Elektrium? In deiner Hose. Ich hab eingeladen. Oh, ich hab eingeladen. Willst du mich verarschen? Ja. Moranium, 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 mach doch so freudig. Was darf ich wegsprengen? Darf ich denn irgendein Haus wegsprengen, wenn er auf K ist? Ich konnte dein eigenes Haus wegsprengen. Hm. Gute Idee. Jawohl, du musst wieder Elektrium herstellen. Aber auch nur, wenn der... Mach zu Puck. Wenn ein Andermin drin ist, okay? Ja, okay. Lock ihn einfach rein. Gold, Silber. Wo ist meine Mining Turtle schon wieder? Ich weiß auch nicht, wo meine gerade ist. Sie ist gerade im Gang reingelaufen. Aber die geht nicht so, wie sie gehen sollte. Das wurde er nicht gerade. Weil der Singleplayer-Map ist ja einfach nur gerade in Gang gebaut und hat links, rechts immer eine Reihe reingezogen. Alles klar. Jetzt irgendwie gerade ist rechts auf einmal lang gegangen. Kein klar, was sie vorhat. Hat sie jemanden Eimer Wasser platziert oder warum ist hier Wasser zum Teufel? Keine Ahnung. Teufel, das geht nicht weg. Noll, als hätte irgendeiner Wasser platziert. Habe ich kein verficktes Elektrum? Nee, ich habe kein Elektrum mehr. Ach du arme Sau. Ich habe hier so viel Silber, ne? Nein, weil ich will das Reinforced Jetpack machen. Deswegen. Alles klar. Alles klar. Was brauche ich da? Ach du Scheiße, ich brauche Gold. Was? Ja mal farmst du. Geh mal eins schnell. Geh mal eins. Alter, warum habe ich keine Permission? Du hattest nie welche. Was? Wir haben hier 6 Gold drinnen. Weißt du noch, wo ich die Rechte gehabt habe? Im alten Let's Play. Mehr brauche ich immer noch, wieso? Ja, jetzt habe ich die, wo ich fast runtergeflungen bin bei der Netterfestung. Und ich habe glaubt, ich habe die Rechte noch. Geh mal. Komm, komm.